Wir müssen es genau analysieren, sorgfältig analysieren, gründlich analysieren, ganz gründlich, genau analysieren, genau analysieren, sehr genau analysieren. Wir werden analysieren müssen, etwas tiefer analysieren, ganz klar analysieren, morgen wird die Partei das nochmal analysieren, die Analyse, 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 ob ich das in Unterfranken analysiere oder ob ich das im Bayerischen Wald analysiere. So müssen Sie das eigentlich immer so analysieren. Wir müssen das Ergebnis genau analysieren, aber klar ist auch, es gibt einen Regierungsauftrag für die CSU. Einen klaren Regierungsauftrag. Klaren Regierungsauftrag. Einen klaren Auftrag. Dass wir eine stabile Regierung in Bayern bilden. Eine stabile, eine stabile, eine stabile, eine handlungsfähige, stabile, eine klare und stabile Regierung zu bilden. Aber ich glaube schon, dass man trotzdem genau deswegen analysieren muss. Ich habe jetzt genügend damit zu tun, die stabile Regierung in Bayern herbeizuführen. Es ist jetzt wichtig, Stabilität zu zeigen. Stabilität, 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 Stabil. Es ist jetzt wichtig, einfach auch nach vorne zu schauen. Nach vorne zu schauen, nach vorne zu schauen. Das ist schmerzlich. Aber meine Präferenz ist klar, ein bürgerliches Bündnis. Eine klare Präferenz für ein bürgerliches Bündnis. Aber doch diese klare Präferenz für eine bürgerliche Politik. Klare Präferenz für eine bürgerliche Regierung. Aber meine Präferenz wäre eher bürgerlich. Jawohl.